Ja, hallo, mein Name ist Anja Knapp. Ich bin Kurzdistanz-Triathletin. Seit 2008 bin ich international unterwegs im Elite-Bereich und oft werde ich gefragt, wie man in der Wechselzone oder Regeneration schneller oder ein paar Zeiten sparen kann. Und deshalb gibt es hier bei Time2Tri jetzt von mir in der Serie immer mal wieder so ein paar Tipps und Tricks, wie ihr Sekunden sparen könnt. Ich wünsche euch viel Spaß. Vielen Dank.